Hallo Freunde, kurz ein Video, meine Freunde, Flissi hat ja bei uns Hamburg Verbot gegeben, Farid Bang bestätigt das, verdammt nochmal, Farid. Digga, versuchst du jetzt irgendwie auf Flares Horoskop im Image oder Job aufzuspringen? Flissi ist doch kein Wahrsager, er tut immer so. Ja, ich weiß deine Karriere voraus, bei dir läuft nicht mehr, was? Ja, wisst ihr noch, 2020, in diesem komischen 16-Bars-Interview. Ja, Joost, bei 181 wird nicht mehr laufen. Oh, jetzt ist 2021, Ende? Läuft doch immer noch bei dem, man, Jizzis Box ausverkauft. Bei wem läuft der nicht, her, Flissi? Okay, deine Boxen laufen auch gut, aber doch nicht so gut wie bei Jizzis, man. Man, jetzt ziehst du auch noch Farid mit rein, Farid? Ich dachte echt nicht, dass du auf so eine Wahrsager-Horoskop-Scheiße irgendwie daran glaubst. Natürlich ist es deine Sache, aber ich finde das schon ein bisschen lachhaft, man. Weil Flissi denkt sich ja immer irgendwelche Geschichten aus, wegen Irrelevanz und so. Mach natürlich, was du willst, man kann seinen Kumpels auch beistehen. Aber nicht bei jedem Schwachsinn. Okay, meine Freunde, es warst du wieder schon nur ein Boss. Abonnieren und gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.